Hallo, ich bin Julia von Indonature und heute möchte ich dir unseren Female Balance Kalender vorstellen. Hier haben wir unsere ganze Kreativität und Liebe reingesteckt. Der Kalender ist voller Überraschungen. Wir haben hier zum Teil richtige Full-Size-Produkte drin, aber auch viele weitere Überraschungen mit mindestens ein bis zwei Wochenvorräten zu unseren Produkten. Ja, wir haben hier ganz viel Kreativität reingesteckt. Also wenn du hier zum Beispiel eine Schachtel hier raus und öfters sind hier super viele Tipps zu den Produkten, aber auch zum Wohlbefinden, alles zu dem Thema Female Balance. Also wir holen die hier auf allen Ebenen ab, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ja, jedes kleine Päckchen ist eine komplette Überraschung zum Wohlfühlen. Und ja, lass dich überraschen. Hier bekommst du alles zu dem Thema. Und ja, hier steckt nicht nur das komplette Wissen von uns drin, sondern es ist wie alle unsere Produkte, haben wir hier sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Also die Verpackungen sind entweder aus Glas oder aus Material, was du komplett kompostieren kannst. Also auch hier haben wir ganz viel Mehrwert reingesteckt. Und ja, alle unsere Produkte sind auch hier PETA-zertifiziert und vegan. Und ja, es ist ein ganz toller Kalender, nicht nur zu Weihnachten, sondern auch das perfekte Geschenk für deine Freunde. Und oder für dich selbst. Also es ist auch ein absolutes Self-Care-Produkt. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Stöbern des Produktes und beim Erleben unseres Female Balance Kalenders.